Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir sind jetzt hier hinuntergegangen in diesen sogenannten Steinbruch und natürlich, wenn man hier runter geht, wirkt das Ganze viel bombastischer, viel beeindruckender und naja, es ist auch wesentlich höher, weil wir sind hier jetzt doch einige Meter runtergegangen und hier ist jetzt quasi dieser, wie soll ich sagen, Talboden ist übertrieben, Canyonboden ist auch übertrieben, aber es ist schon hier ein beeindruckender Anblick, also es schaut hier richtig toll aus, das ist hier wie so eine eigene, wie so eine eigene kleine Welt, also kann ich nur, ja, Geheimtipp, gell? Ich weiß nicht, warum die anderen nicht kommen, aber scheinbar traut sich keiner, weil ich habe gesagt, ich mache ein Video, naja, was auch immer, gut, wie gesagt, hier aus dem Inneren des Mini Canyons, Ende!